Was passiert hier schon wieder? Oh nein, oh nein, oh nein, oh ja, oh nein, oh nein, oh nein! Come and fly away with me 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 Sag mal, was zum A-Bicht ist da gerade passiert? Was ist hier los? Was ist hier los, hä? Ich darf nicht verlassen. Ich darf nicht verlassen. Ich will raus. Ich muss raus. Ich darf nicht verlassen. Was ist hier los? Will we always looking for more? Will we always looking for more? Will we always looking for more? Digger, what's going on with this car? Oh my god, I'm the best one again! I'm the best one with no Q! AHHHHH! Time for me to act like a psychopath in onotix Ach so, dicker, hey, da kam ich her. So ein Scam, Junge, jetzt kann ich noch ein Game drehen. Ach, man, no. So ein Scam, Junge, jetzt kann ich noch ein Game drehen. Perfekt, dicker, geiles Last Game. Rang, 31er Gale, da ist er doch, let's go, man. Rang, 31er Gale, da ist er doch, let's go, man. Rang, 31er Gale, da ist er doch, let's go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bitte fünfter, bitte fünfter, bitte fünfter Nein, 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 wisst ihr was das bedeutet? Das bedeutet, dass meine 20er Winstreak gerade stiften gegangen ist Shut the fuck up, someone Live alone with you Live alone with you Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks I got a vendetta against people who patent it Also bro, man, dieser Shut the scale Warum teleportiert der denn hinter mich Wie dämlich muss man sein Also den Tornado hast du aber gesehen Mit deinen Fischaugen, oder? Junge, Junge, Junge Ja, dankeschön So gut predicted, wie er da am Tornado abgeprallt ist, digga Clean, man, clean Rang 33, da ist er Warum campt man da mit Surge? Warum campt man da mit Surge? Ich verstehe es nicht Es sind schon wieder diese Runden, die einfach keinen Sinn mehr geben, digga Ja, da ist die Demonstration wieder weg Gute Nacht, ne? Träumen schön Schön ein Däckchen drüber, ne? Das ist alles, was ich weiß, 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 was Nein, nein, es ist so eine Frechheit. Ach, kann ich mal ein 1 gegen 1 ausfechten? Geht das? Der ist halt verliert. Ich krieg zu viel. Ich ertrag's psychisch nicht mehr. Was passiert hier schon wieder? Oh nein, oh nein, oh nein, oh ja, oh nein, oh nein, oh nein! Digga, wie viel Pech kann man haben? Also wirklich? Ich sag das so einfach nichts mehr. Ihr habt es ja selbst gesehen. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab keine Nichts mehr mit einem. Wieso zum Teufel kriege ich Schaden? Ich stehe mit meinem fetten Rentnerhinter in dem Tornado. Was zum Teufel geht jetzt ab? Hä? Was? Der hat meine Ult. Meine Ult ist weg. Meine Ult ist weg. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So viel Pech kann keiner haben. So viel Pech kann halt auch beim besten Willen keiner haben. Wie viel Pech, Mann. Ich kapier es nicht mehr. Ich kapier es einfach nicht mehr. Wie kann man so viel Pech haben? Warum kommt da wieder Cordelius mit seinem Pilzstaubsauger und saugt mich weg? Ich ertrag es nicht mehr, Digga. Last Game für Rang 34, Rheinlander. 2,000 Jahre später. No, no, no. Untouchable, untouchable. Untouchable, untouchable. Run. 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 Ach so ist das, der springt da rein, macht mir Schaden und prallt erst dann ab. Jetzt ralle ich das erst, was ist das denn? Was ist das denn? Die erste Reiseite, die wir hierher können, dann wieder im Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020